Büroräume und Schulgebäude stehen bis zu 80% der Zeit leer, werden jedoch meist durchgehend beheizt. Das treibt Kosten und CO2-Emissionen in die Höhe. Unsere intelligenten Willisto-Thermostate erkennen dank integrierter Sensoren, ob ein Raum genutzt wird und regeln die Temperatur automatisiert herunter. Ob Feierabend, Wochenende oder Homeoffice-Tag, steht das Büro leer, wird die Temperatur abgesenkt. Und damit bei Arbeitsbeginn niemand frieren muss, heizen wir rechtzeitig wieder auf die Wohlfühltemperatur vor. Sparen Sie so bis zu 32% Heizkosten und CO2-Emissionen ein.